Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eigentlich wäre jetzt gerade der Zeitpunkt, wo ich dieses frisch bezogene Alcantara Armaturenbrett hier einbauen würde. Im letzten Video habt ihr aber gesehen, dass ich so genial diese Längsäule versetzt habe, was mir nach wie vor übrigens perfekt gefällt. Also sie ist definitiv gerade und dadurch, dass ich so weit hier reingerückt bin, ist hier auch noch genug Platz zum Käfig. Also da braucht ihr keine Angst haben. Jetzt seht ihr hier allerdings auch gut, vorher saß hier die Längsäule, jetzt sitzt die Längsäule hier. Und von der Höhe her ist das natürlich auch ein Unterschied. So, deswegen kurzerhand Ron, Firma Nadelworks, wieder nach Hannover gekommen. War einfacher mit dem Abaturenbrett hierher zu kommen, als mit dem Auto dahin. Wobei ich hätte selbst das gemacht. Ich hätte den sogar schnell vorbei gemacht, weil der steht bei dir da so gut, dass ich im Zweifelsrad da zusammengebrochen hätte. Da hätten wir übrigens Platz zum Filmen gehabt. Ne, kurzerhand, weil du ja genau für solche Späße auch immer zu haben bist, war uns irgendwie klar, das wird nichts so einfach mitbeziehen und so. Ne, leider nicht. So, wir haben jetzt erstmal hier großzügig so ein bisschen Platz gemacht, dass das Ganze da erstmal reinpasst. Dadurch, dass der hintere Träger hier ja weiterhin original ist, wir haben ja quasi nur diesen unteren Teil versetzt. Wie ihr seht, ist das übrigens auch gepulvert. Also ich behaupte mal, es sieht eigentlich aus wie original, wenn man es nicht wüsste. Ist jetzt halt die Baustelle. Wir haben hier unser gedrucktes Teil mit dem ADU drin, welches hier eigentlich so sitzen sollte. Und jetzt sieht man mal ganz gut. Das passt so nicht. Aber jetzt sieht man mal, überlegt euch mal, wenn hier vorher die Längsäule sah, wie man in diesem Auto eigentlich saß. Ja. Das ist einem vorher so gar nicht so aufgefallen. Man sieht das eben, man merkt das erste Mal, wenn man richtig sitzt. Ja. Das, wenn man richtig drin sitzt, dann merkt man, ah, irgendwas stimmt dir da nicht. Aber schon wird's geil geworden, ne? Hm. Flock, ja? Ja, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Das ist so ein extremes Teil. Ich hab null Erfahrung mit Flock, aber man sagt halt, das Flock soll auch gerade gut sein, was so, also du sollst gut visuell das Display danach sehen, wenn der Rest drumherum geflockt ist. Genau. Deswegen hat auch, war ein geiler Kommentar, wusste ich auch nicht, ein weißes Auto in der Sonne anzugucken soll fürs Auge anstrengender sein als ein schwarzes. Ja, ist ja klar. Allein jetzt schon in der Kamera ist das Auto zum Beispiel überbelichtet, damit ich dich richtig belichtet kriege. Weil es ja viel mehr Licht wiedergibt. Aber ich finde ja gerade einen weißen Innenraum geil. Ich hasse schwarze Innenräume, so, ne? So ein schwarzer, auslackierter Innenraum wird niemals so geil sein wie so ein weißer Innenraum, ne? Ja. Deswegen. Okay, so. Zurück zum Gägen. Also wenn ich das so hier jetzt hinhalte, dann finde ich das auf jeden Fall geil. Vor allem, diese ganzen Halter, ich kann es nämlich perfekt am Ende auch hier einfach ganz einfach anschrauben. Das wird nämlich auch kein Problem sein. Also das, das eigentliche Festmachen von dem Teil ist kein Problem. Die Frage ist nur, was machen wir mit dem Drumherum? Wie kriegen wir das jetzt schön hin? Ich glaube, es ist sinnvoller, den kompletten Dom aufzuschneiden. Echt den Hardcut, den Hardcut und gib ihn. Hol mich einmal ganz kurz ab, was müssen wir denn prinzipiell jetzt machen? Wir müssen das hier? Ne, das sind so eine tolle Striche. Da schneiden wir das einmal drumherum auf. Ah, okay. Also einmal hier, die Lini lang, in den ganzen Dom, kippen ihn nach da und setzen ihn insgesamt weiter nach rechts. Ja, das klingt einfach. Das ist so richtig hardcore. Das hat man früher, also zum Tuning vor 10, 20 Jahren, war ja genau sowas Tuning. Da hat man sich irgendwie einen alten B4 Audi genommen, hat da vom A8 Tacho reingemacht und hat genau das eigentlich so gemacht halt. Nur, dass wir jetzt halt auf Rennstrecke danach am Ende fahren. Okay, ob man das da braucht, ist eine andere Sache. Aber ich schaffe es ja immer wieder so verrückte Typen zu finden, die das geil finden. Deswegen glaube ich auch, dass das... Ja, aber ich meine, Sitzposition ist nun wirklich, wenn man von vorne guckt. Also das Tacho würde Original irgendwo hier zeigen. Ja, also man sieht ein bisschen an der Abdeckung schon, wie schräg das Original war. Deswegen ist jetzt diese Korrektur da drin, dass es jetzt quasi ein bisschen gerade zeigt. Ja. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir das Ganze jetzt an, dass es am Ende auch passt. Die originalen Befestigungspunkte haben wir ja noch, also oben, Mitte. Wir können jetzt eigentlich fast noch aufsägen. Wir können jetzt fast nicht machen. Und weil wir müssen auch drei Zentimeter tiefer mit dem Ganzen. Also es muss auch, übertrieben gesagt, weiter rein. Da ist die Frage, ob man das nicht unbedingt runter, sondern das Teil vielleicht verlängert. Kommst du damit hin, wenn du auf der Höhe bist? Was heißt verlängern? Also du meinst hier unten verlängern? Ne, das Problem ist, ich gucke dann gegen den Scheinblitz. Achso. Also vom Gucken her wäre es schon, vom Gucken her wäre es so, so ideal. Sagen wir mal so. Würde dann auch wieder nach unten geil aussehen, weil nach unten hin dann auch. Weißt du, dann brauchen wir da unten dran gar nichts oder so. Ich wollte es immer am Cut setzen und auf so weiter machen. Geil. Einfach schneiden. Finde ich auch immer gut. Einfach schneiden ist immer genauso wie dieser Schritt, den nicht mehr zurück, wenn du so Seitenteile umschweifst. Ja, ja. Irgendwann musst du ja die Flex im Seitenteil reinhalten. Genau. Das ist ja nur ein Amazon-Bild. Die allerdings auch schwer zu kriegen wird. Ich hatte ja die Hoffnung, einfach mal ein zweites zu kriegen, aber war nicht so einfach. Wir sind uns ja bei einer Sache einig. Dieser eigentliche Rahmen muss eigentlich bleiben. Genau. Weil dahin, hier kommt ja noch eine Kanzel drüber übrigens, ne? Hier kommt noch eine Kanzel drüber. Ich würde den grambelten Bereich hier hinten irgendwie erstmal mitnehmen, damit wir die Befestigungspunkte hier oben haben. Genau. Und die Kanzel, die Verlängerung von dem zwei. Ich glaube übrigens, es saß sogar so. Es saß noch höher, weil da kommt sogar noch die Kanzel drauf. Ja, die sitzt ja hier drüber, ja. Das heißt, wir müssen deutlich tiefer. Das heißt aber, wenn wir versuchen, den Rahmen zu halten, können wir es ja logischerweise an dem Rahmen einfach schneiden. Genau. Und müssen dann so lange hier immer weiter wegfächern, bis es halt ungefähr so sitzt. Machen wir das hier oder lieber bei dir? Ich würde fast sagen, lieber hier, oder? Wollen wir jetzt schon dabei sind? Ich würde gerade sagen, jetzt sind wir immer hier. Okay. So, also wieder an die Flex. Euer Christian. Bis zum nächsten Mal. Daniel, mein sattler Ron ist da. Wir haben leider scheiße gemacht. Warum? Na, wir konnten das leider, es tut mir ja leid, aber irgendwie sieht das Amateurbrett jetzt so aus. Wir konnten das mit unserem Gewissen hier nicht vereinbaren. Wir mussten das irgendwie nochmal auf diese neue Sitzposition anpassen. Oh, weia. Hast du Sonnenbrand oder regst du dich gerade schon auf? Ne, ich reg mich nicht auf. Ich bin braun gebrannt. Ja, sehr gut. So, pass auf. Ne, aber wir sind auf dem richtigen Wege. Ja. Es war auch nicht alles für die Katze, aber wir passen halt hammerhart das Amateurbrett hier neu an, ne? Okay. Das heißt, das schweißt hier und so alles ein bisschen zu und spachtelt das und so weiter. Und oben die Kanzel, die musst du dann wieder das Leder abziehen, ne? Ja, ja, das ist ja das Geringste. Also vielleicht geht's auch. Ne, aber wir müssen eventuell doch leider noch mal wieder die Druckform anfassen. Wir müssen das Ganze nur runterschieben. Ja. Also das Display runter, ne? Skalieren. Genau. Mhm, okay. Aber er nimmt's Glocker, ne? Mhm. Ich hab gleich gesagt, so. Der Daniel, der findet das eh entspannt. Sowieso. Ja, aber, ähm... Aber guck mal, wo das hier vorher saß, ne? Da siehst du mal, wie viel weiter das jetzt rechts und tiefer sitzt. Irgendwo hier. So, da saß er so. Ne, noch mehr. Ich sage eher so... Hier, Schnittkante. Ja, ja. So, so war vorher die Position. Junge, Junge, Junge. Jetzt geht's nach... Ja, das ist Motorsport, ja. Okay, das läuft. Das ist kein Problem. Okay. Das kriegen wir hin. Alles klar, ich wollte dich nur vorfahren. Ähm, okay, wir passen das erstmal an und dann bringe ich dich auf den aktuellen Stand. Aber, äh, danke fürs Mitgefühl. Ciao. Ja. Okay, so. Also, abschließend, wusste ich doch, der ist da... Der ist wirklich, ich hab noch nie so verrückte Typen kennengelernt. Auch diese Bremsenkühlung. Ich glaube, wir haben es 20 Mal gescannt, 80 Mal gedruckt, bei denen der Drucker, erläuft wirklich die ganze Nacht. Habe ich. Weil der ist dann auch so einer, dann doch nochmal ein Peak hier mehr, ein Peak da mehr und dann lass uns den Schlauch nochmal größer machen und kleiner und volles Programm. Okay, also, wir haben uns jetzt folgendes überlegt. Wir haben das jetzt so weit ausgeschnitten, dass wir sagen, dass wir bezugskantenmäßig ganz gut sind. So. War das ja ungefähr. Das heißt, jetzt gerade liegt es hier unten auf der Lenksäule auf. Und jetzt machen wir nämlich einfach folgendes. Wir bauen den ganzen Rums aus. Und Ron nimmt einfach mit zu sich Armaturenbrett, Träger, Lenksäule und Lenkrad. Das heißt, er kann das Ganze bei sich so auf dem Tisch aufbauen und zusammenstecken. Genau. Und dann kommen wir nochmal her. Dann drungen wir das nochmal ein und dann gucken wir uns das nochmal ein. Das ist zu still. Nee, ich habe noch eine andere Idee. Aber okay, ihr bekommt es her im Video weiter. Fakt ist, das Armaturenbrett wird jetzt angepasst und dann geht's weiter. Kurze Zwischensequenz. Paket ist da. Und zwar habe ich bei Grob Racing, soll jetzt keine Werbung sein, ich bin einfach nur so was von begeistert, dass ich euch das jetzt zeigen muss. Ich habe dort einfach für den Abad ein paar Makrolonscheiben bestellt. Das heißt, ich habe die alten Glasscheiben hingeschickt und die Firma hat diese Scheiben eins zu eins in Makrolon nachgebaut. Und das Ergebnis kann ich euch einfach nicht vorenthalten. Das müsst ihr euch einfach gucken. Also das ist wirklich, das ist schon einfach beeindruckend. So, das Schwierige bei Makrolon ist immer folgendes, wir haben uns auch ein paar Wochen damit beschäftigt, das Makrolon muss in zwei Richtungen geformt werden, zum Beispiel für die Heckscheibe. Das heißt, es muss einmal quasi wie eine Rolle werden, dann muss es aber in die zweite Richtung auch noch gerollt werden, dass es eine Kugel wird und da trennt sich die Spreu vom Weizen und das kriegt fast keiner hin. So, somit grob kontaktiert und innerhalb von zwei Wochen, es hat wirklich keine zwei Wochen gedauert. Also deswegen muss ich euch das jetzt einfach zeigen, weil viele von euch werden genau sowas suchen. Sie hatten noch keine Scheiben, haben quasi extra dafür die Scheiben gemacht. Ja, nach zwei Wochen waren diese Makrolonscheiben da. Das finde ich wirklich krass. Toll, wenn ich das System mal so ein bisschen auspacke. Guckt euch das an. Das sieht wirklich aus wie eine Glasscheibe. Das sieht schon ziemlich gut aus, ja. So, wir sehen, die Scheibe ist aus Lexan. Das ist einfach nur eine Marke. Dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Makrolon, eigentlich ist es Lexan, ist auch noch kratzfest. Wie kratzfest es ist, das werden wir in den nächsten Monaten feststellen. Aber alleine die Optik mit diesem einlackierten Rahmen, nicht davon abschränken lassen. Aber guck mal, selbst sowas. Bei einer normalen Plexiglasscheibe würden wir jetzt schon Kratzer reinreiben. Und ich teste es einfach aus und reibe hier einfach mal drüber, aber es geht tatsächlich. Also muss ich wirklich sagen, den Respekt haben meine Jungs. Alleine auch, wie geil das mit dem dritten Bremslicht etc. alles auslackiert ist. Ja, das ist schon ziemlich cool. Voll geil, sieht wirklich fast aus wie original. Zum Thema Zulassung, auch wenn es beim Auto eigentlich nicht so die Rolle spielt. Heckscheibe und Seitenscheiben hinten, also alles was nicht im Sichtfeld ist, darf man sogar. Okay. Alles was nicht im Sichtfeld ist, ist auf jeden Fall zulassungsfähig. In meinem Fall werden natürlich die Türscheiben, möchte ich auch in der Art und Weise haben. Das heißt, das wird auf jeden Fall nicht so einfach mit Zulassung. Mal gucken. Vielleicht gibt es da irgendwelche Sondergenehmigungen, wie auch immer. Schauen wir mal. Aber das Gewicht ist halt einfach überzeugend. Grobe Faustformel, Plexiglas, also Makrolon. Wenn ihr die gleiche Stärke nehmt wie das Glas, wiegt es ungefähr die Hälfte. Das heißt, das was diese Scheiben gleich alle zusammen wiegen, haben wir am Ende ungefähr an Gewicht gespart. Hier ist noch ein bisschen das Problem. Das zeigen wir euch dann später in einem anderen Video. Das sind die Seitenscheiben. Die sind jetzt ohne Dichtung. Das heißt, normalerweise waren hinten die Seitenscheiben mit einer aufvulkanisierten Dichtung. Jetzt kann ich probieren, ob ich die runterschneide von der alten Dichtung. Oder Motorsport-like, so hat es Grob mir empfohlen, die Scheibe einfach so einzukleben mit einer schön sauren Kante und fertig. Weil das ist natürlich am Ende die leichteste Version. Dann passt allerdings der Übergang zur Tür nicht so schön. Weil wir haben an der Türscheibe hier unten eine Leiste. Ja. Und müssen wir mal gucken. Aber am Ende zählt mittlerweile der reine Motorsport im Fokus. Deswegen können wir da keine Abspräche mehr machen. Ja. Ne. Ich bin wirklich von diesen Scheiben begeistert. Deswegen musste ich die ausgepackt und hab sofort gesagt, Maxi, Kamera an. Die müssen wir euch zeigen. Bei den Türscheinen probieren wir folgendes. Das ist natürlich nicht am Ende die Lösung. Aber ich mag diese Schiebefenster nicht. Viele feiern es total, so Racing-mäßig ein Schiebefenster zu haben. Ja, so eine kleine Luke, ne? Genau. Das ist der letzte Luxus, den ich diesem Auto gönne. Ich versuche auf der Fahrerseite die elektrischen Fenster heber zu lassen. Das ist nämlich nur ein Kilo. Noch nicht, mach ich noch ein halbes Kilo was. Okay. Und gehe das Risiko ein, dass ich zwar einmal im Jahr diese Scheibe tauschen muss, aber ich probiere dadurch, dass auch, guck dir mal an, wie krass die gebogen wird. Das ist halt jetzt, ne? Das ist so geil. Ich probiere diese Scheibe wie original einzusetzen und die Makrolonscheibe hoch und runter zu fahren. Normalerweise geht das nicht, weil die Rundung fehlt. Das heißt, die Scheibe will so aus der Tür raus. Mit der Rundung sollte das gehen. Die Frage ist nur, da sich hier immer Sand zwischensammelt, wie lange es dauern wird, bis das zerkratzt ist. Aber das Risiko gehe ich ein. Ich habe lieber den Scheibenwischer hoch und runter. Den Scheibenwischer. Den Fenstermechanismus hoch und runter. Weil gerade auf der Rennstrecke, ihr kennt es mit Streckenposten, es kommt ein Kumpel vorbei, es kommt die Kamera mal an, mal kurz durch die Scheibe filmen und so. Wenn ich da jedes Mal die Tür auf und zu machen muss, würde mich das unter dem Strich schon nerven. So, deswegen sind die auch nicht schwarz einlackiert, weil diese Scheibe quasi später komplett hoch und runter gehen soll. Und dann kommt dazu, selbst wenn ich die Scheibe einmal im Jahr tausche, eine so eine Seitenscheibe, erschlagt mich jetzt nicht, liegt den Kratz fest, glaube ich bei um die 100 Euro. Dazu kommt dann immer noch das Einlackieren und das Dreidimensionalformen. Das heißt, die Scheibe für die Heckklappe ist am teuersten. Die lag, glaube ich, irgendwo bei 300 Euro in dem Dreh. Aber so eine Scheibe ist wirklich nicht teuer. Das heißt, wenn ich die einmal im Jahr zerkratze oder alle zwei Jahre tausche, ich denke, da wird es Teile am Auto geben, die deutlich krasser verschleißen am Ende. Gut investiert. So, bei grob gibt es jetzt übrigens die Form, das heißt, der nächste, der diesen Scheibensatz bestellt, wird auf jeden Fall weniger zahlen. Sehr gut. Aber ich überlege gerade, alle Scheiben zusammen, so wie sie hier liegen, waren, erschlagt mich nicht, glaube ich 1000 Euro für fünf Scheiben. Kommt ungefähr in 200 Euro. 100 die kleineren, die Heckscheibe ein bisschen teurer. Klingt jetzt erstmal viel, aber für die Qualität ist es wirklich, ist es wirklich human. Weil die Glasscheiben werden definitiv nicht viel billiger sein. Also, wir haben jetzt noch ein bisschen Verpackung, ein bisschen Zeugs hier drauf. Das wird natürlich am Ende noch ein bisschen weniger. 6 Kilo. 6 Kilo ist halt eigentlich schon krass, weil, wenn man sich überlegt, die gesamte Verglasung ohne die Frontscheibe, 6 Kilo. Frontscheibe kommt natürlich in dünnem Glas von Lightglas. Reimt sich. Auch witzig. Dünnem Glas von Lightglas. Das heißt, in puncto Verglasung ist der Zenit erreicht. Da finden wir keine Kilos mehr. Aber, das zeigen wir euch später, wenn alles verbaut wird. Weil, Thema Scheiben, Dach etc. kommt ganz zum Schluss, wenn das Auto fertig ist, läuft, elektrik fertig ist, dann wird alles angeklebt und dann geht's auch los. So, ich würde sagen, jetzt wisst ihr grob, worum es geht. Im nächsten Video geht es bei Ron weiter mit dem Armaturenbrett. Wieder riesen Baustelle, aber extrem geile Baustelle. Ich feiere es, er hat da auch richtig Bock drauf. Wird brutal. Also, was heißt, wird brutal? Wird einfach wie original. Und das ist das Brutale, dass man es einfach gar nicht sieht, dass man neben dem Auto ganz anders sitzt. Und genau das seht ihr im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.